Es wird jetzt Zeit, dass dieses Elend ein Ende hat. Geh mal beiseite, das ist eine Zündschnur. Seit fünf Minuten läuft sowieso meine Talkshow. Ja, geh mal beiseite. Ich hab nämlich eine Idee, mal so eine zündende Idee, warm abräumen. Dieter, kennst du doch nicht? Passt mal auf. Augenblick. Der Countdown läuft! Wir sagen nun auf Wiedersehen, vielleicht ein einster Mal. Es waren 53 Heidefolgen an der Zahn. Ja, so viel Mal hab ich für sie den Affen hier gespielt. Und trotzdem, da haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Und stimmen alle mit und sein. Ein Spaß soll ab und zu mal sein. Hey! Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Denn nur wenn einer Spaß versteht, versteht er auch was. Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Ja! Achtung! Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Denn nur wenn einer Spaß versteht, versteht er auch was. Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Nicht überhaupt nicht. Dann das Ganze doch mal! Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Denn nur wenn einer Spaß versteht, versteht er auch was. Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie, okay? Verstehen Sie, Doyle. Verstehen Sie Spaß? Untertitelung des ZDF, 2020